Moin Leute und damit Willkommen zu einem neuen Spiel und zwar ist dieses Valar Star auf jeden Fall Jan schon seit einer längeren Zeit draußen. Ich wollte es auf jeden Fall mit euch spielen. Bist du mich mit dem Kanal mal meine, die Mobile Gaming Sache so eingegeben. Hier seht ihr den Shop. Ich habe mich auf jeden Fall schon mal heute was gekauft, weil der Auslauf hat halt Aufnahmen natürlich komplett verkackt. Deshalb habe ich einfach nochmal aufgenommen und dachte mir so, das kommentiert ihr mir natürlich jetzt nach, weil mein Aufnahmprogramm noch richtig kacke ist, Leute. Ich mache es gerade zum ersten Mal mit dem iPad Schneider auch auf dem iPad, deshalb nimmst du mir auf jeden Fall nicht so übel. Aber ich denke mal, wir werden das auf jeden Fall schnell easy gewinnen und ich bin auf jeden Fall mal leise, Leute. Bis gleich. Ich denke mal, wir werden das auf jeden Fall sehen. So, und da haben wir natürlich auch easy gewonnen, natürlich krass. Na ja, ich muss sagen, wir waren natürlich auch sehr klar überlegen, Leute, ich war leider nicht der Starspieler, schade eigentlich. Ich würde sagen, ja, boah, erstmal abgehört hier, richtig krass auf jeden Fall am Start, um Level zu wagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so gut bin. Na ja, ich muss sagen, auf jeden Fall gleich mal noch eine Runde. Oder, ach nee, ich habe da oben was bekommen. Ja genau, Belohnung. Oh, eine Truhe. Öffnen wir auf jeden Fall mal und was kommt raus? Natürlich Coins, natürlich Onita 5. Naja, von wie so tollen Blitzpunkte, keine Ahnung. Und von den Chili. Boah, gleich mal abgehört, ey, richtig krass cool. Da würde ich sagen, wir haben uns gleich mal abgehört. Auf geht's, komm. Und, ah nee, auch nicht. Die Schauter haben wir noch nicht erreicht, aber hier. Auf jeden Fall mal abgehört. Und. Cool, ist ja mal ein Abgehört drin. Was kann man sonst was? Oh, ne, der Kiste gleich. Okay. Und. Wieder für sie was. Natürlich für die Nita auch. Aber da fehlt uns natürlich noch eins, um die abzukurren, aber. Ich würde mal sagen, wir. Spielen auf jeden Fall mal mit Nita. Ach. Ne, habe ich auch noch keine Skins. Schade, spielen auf jeden Fall mal eine Runde mit der. Und. Würde ich sagen. Auf geht's. Auf geht's. Boah, ja, jetzt kommt der Konto und endlich. Hoffen wir gewinnen, das wird's easy, ey, oder? Ja, der da unten. Er sammelt immer schön, die ganze Zeit die Sachen abläuft, ey. Richtig krass. Und. Na, da kommt die. Ey, die fachst du immer noch bei dem, das ist locker, ey. Easy, easy, komm. Mach mal den Kill noch. Ja, ist da. Und natürlich haben wir gewonnen. Alter. Oh, das war sogar Star-Spieler. Ich hab nie gedacht, dass ich so krass bin. Ich bin mich krass verwirrt. Und. Ja, Alter. Easy. Wir haben das gewonnen und. Oh. Oh. Wir haben ein neues. Was ist denn das jetzt? Ah. Showdown haben wir jetzt endlich falsch. Ja, da können wir jetzt also durchspielen. Ja, cool. So, ich würde euch sagen, machen wir das auch klein mal. Wählen wir es aus. Ja, wir machen du jetzt. Auf jeden Fall. Ich sage, drüber mal klein mal auf spielen. Und. Würde ich sagen. Ich kommentiere das jetzt mal nicht nach, sondern lasse ich das jetzt mal angucken. Also, ich verstehe es jetzt so, dass man jetzt hier einfach rumläuft und die Teams ausrotten muss. Also, weil es in den Kisten ist, kann ich euch nicht mehr sagen. Ich würde vorhin mal machen, wir machen die von mir aus, würde ich sagen. Also, nachdem ihr euch die Kiste gehört habt, dann schreibt mir abkommend her und. Ja, da kommen wir jetzt schon gemisst. Irgendwas Grünes. Also. Also, wir sind noch nicht. Den wird mit mir nochmal. Ah, das sind. Das ist die Wiederbelebungsfrunkte, die auch noch wiederbelebt werden kann. Der Rutsch. Ja, würde ich sagen. So, ich war auch mit drin. Ja, vor dem Gameplay. Das ist die Wiederbelebnis. So, wir sind jetzt im Showdown und ich hoffe, wir gewinnen das. Also, ich sehe noch zwei Spieler. Sorry für die kurzen Lags. Das liegt auf jeden Fall an meinem Tablet und Wunsch und Wunsch. Das sind ganz schön schnell, muss ich sagen. Aber. Auf jeden Fall richtig krasse Rang 2, Nita sofort. Und fast Level 3. Oh, da gehen wir noch eine an. Ich kann mal auf jeden Fall ablehnen. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Oh, cool. Aber ich würde sagen, das war es dann von der Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Und ciao, Leute. Und dann geht's. Applaus Vielen Dank.